Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Human Fall Flight mit dem Fabi. Hallo. Aber wir spielen Kraftwerk als Level. Ja. Wir müssen bestimmt hier Stecker ziehen, was? Oder man macht es einfach mit Gewalt. Damit du den Ventilator stoppst, ja? Ja, das geht doch bestimmt auch. Ja, da musst du ihn auch stecken lassen. Ja, ich versuch's. Ja, ich geh einfach durch, ist kein Problem. Ja, guck, siehste, brauchen wir gar nicht Technik, einfach Kraft. Weißte, brauchen wir doch noch irgendwas? Ja, ach mal hier, brauchen wir Gabel. Was ist das hier? Ist das eine Box oder sowas? Was ist das? Toppino. Ich glaub wir brauchen die Kabel von drüben. Weißte. Uh. Uh, das Level sieht cool aus. Oh, scheiß, ich bin runtergefallen. Na, klasse. Hallo. Hallo. Nimm mal das Rote mit. Kannst du nicht mit der anderen Hand einfach das Rote aufziehen? Nein. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du, ach. Los. Los. Ähm. Ich krieg's nicht rausgezogen, wenn du das so machst. So, jetzt. Los. Oh, oh, oh. Du musst da durch. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Achso, ja, wir haben es ja jetzt abgestöpselt von Neuer. Dö, 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 dö. Ach, scheiß drauf. Ja. Tada. Oh. He? Nee, nee. Na, 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 na. Der erste Rätsel ist schon mal einfacher als das mit dem Wasser. Okay, hier sind auch Kabel, aber die sind viel zu kurz. Pff, hau das Ding erstmal gegen den Kopf. Näher, komm. Komm, man muss sich überall kreuzen. Komm näher. Schieb. Nicht umkippen. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Ja. Oh nein. Weißt du das, Globo? Ja. Steck ihn rein. Oh. Oh, die sind ja hier einfach. Bis jetzt. Äh, warte, stell ich mal hier drauf, dann wirst du auch die Tür aufgehen, oder? Stell ich drauf. Ja, aber dann kommst du ja immer du nicht. Ja, das ist wahrscheinlich so. Oh. Nein, nein, nein. Warte, warte, ich jetzt ein Hebel. Soll ich den Hebel mal ziehen? Das wird's nicht so sein. Ich denke, wir müssen... Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Also, er kann ja jedes Level auch alleine machen. Fuck, ey. Du musst hier mit Ruhe kommen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Los. Los. Äh, ich hab's gedacht, wir müssen diese... Das ist die Box, die wir gerade... Oh, warte mal, komm ich da vielleicht drüber einfach? Und dann die Hände... Du hast einfach den Ventilator rausgerissen. Naja. Das war zwar nicht so geplant, aber... Das kann ja einfach als Gewicht fungieren. So. So. Ganz. So. Ja. Perfekt. Oh. Das ist ja ein Verdrang gehangen. Ja. Hui. Komm her. Halt mich fest. Ich nehm dich. Nüs. So, es gibt immer eine Eier. Ja. Hab dich. So, was hat sonst was jetzt gebracht? Ich weiß es nicht. Springen wir nochmal dran? Oder auch nicht. Äh, ich meine, obendrauf wollte ich eigentlich. Okay, da kommt man nicht dran. Auf die andere Seite kann man nicht rüber springen. Ich glaube schon. Nur wir waren zu dumm. Achso, achso, auf die Seite. Okay. Ja, ansonsten hier... Dann geh durch die Tür hier durch. Nee, der ist doch doof. Mach mal anders, denkst du nicht. Ja, doch. Vielleicht ja schon. Hast du? Boah, nicht schlecht. So, ich mach hier mal... ...den Paketservice. Und ich probier's zu fangen, ja? Ja! Nicht dich fangen. Nein. Tschüss. Nein! Oh. Okay, alles war unter oben. Ja, das kommt wieder, oder? Ja, das kommt wieder. Bitte zu? Nein. Ich fang das. Okay, hab ich verstanden. Siehst du dich auch so richtig verdreht schön. Sieht gut aus. Wenn ich meine Pakete bohde, dann meine ich Pakete bohde. und ich brauche mir, ich schleiche zu fangen. Tada. Ach du Scheiße. Ach du scheiße. Riech's mir erst mal an meinen Rückkratz. Ach, der ist ja lächerlich. Das hab ich nicht gemacht. So. Was kann das hier? Eigentlich bräuchte ich mal hier Nico, ne? der elektronische techniker okay also ich mache das einfach mal gucken was passiert das müssen erstmal strom drauf bekommen das ist richtig ich hänge das strom drauf bekommen und dann kann man es gleich entladen dann dem überspannung so jetzt sind sein grünes lichtchen das mal ab ach so ach das ist falsch herum was hat uns das jetzt gemacht ist das wir haben das jetzt hier aufgeladen das hier raus und das hier raus und jetzt tragen wir das rüber das ist schon zu hoch für mich da komme ich nicht mehr mit klar ein bisschen physik was ist aber was ist v ich kenne nur die die regel uri oder so ja das ist das ja praktisch spannung da ist stromstärke mal widerstand ja uri mag ich ja jetzt kannst du das hoch machen genau reicht das nein doch limbo ich will auch drunter durch ok das heißt hier so generator oder so was ja echt zu level für nico toll was ist das also glatt du kannst das anziehen das ist ja voll lustig ahaha nein 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 ist das auch okay ich weiß roter auch toll ist wieder ausgegangen klasse ok ich schmeiß das wieder an mach das oh warte schnell oh gabelstapler gabelstapler ich war gabelstapler also ich finde ja viel geiler wie der strommaster in der luft steht finde ich auch geil siehst du das hier da steht einfach in der luft das stimmt ich fahr gabelstapler ok dann bin ich ok erstmal klarkommen wie funktioniert das hier ja machen oh damit fahr ich äh ich muss irgendwas muss ich das stromabergat hier hinbringen meinst du den ganzen generat war ja passen ne also ich wüsste sonst nicht was ich hier hoch hinbringen soll ja ja versuch mal schaffst du es hey kannst du lenken nebenbei wenn oh 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 ja ich habe eben die dinger hier rausgezogen in andere richtung bleibst du am link grad nein ich gebe gas ok das ist ok wie cool ist das denn wer war gerade schabler voll wie cool du das machst ein endlich klar alter ah warte 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 ok ein bisschen warte ein bisschen zurück müssen wir erst warte ja musst du schon umlenken man so ok ok er hat noch vorbeigelaufen nein das ist ja ah fast ach ein bisschen zurück dann geh da fest warte so ok warte so ok ok warum machen wir das ganz hoch äh das ist zu schwer wir sind da noch nicht ganz wir können noch ein bisschen kann ich das noch schieben ah au au du hast das kabel rausgerissen schnell wieder reinstecken ja irgendwie es ist noch nicht ganz drauf das ding da was du jetzt fahr mal nach vorne da fahrst du nicht weiter nach vorne zu fahren geht nicht ich mach das so ein bisschen hoch so jetzt fahren wir gegen die wand ums ok 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 dann fahr mal bis zum rück warte 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 ach schwa hab ich ob das ja ok äh ok warte wie du reingst das halte ich denn jetzt fest oh man wenn das mal wirklich beim autofahren so wäre oh so jetzt bis nach vorne oh 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 fahr mal weiter nach vorne dass wir es praktisch gerade haben ey geh weg da wo wollte ich denn fest achta oh ja 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 so ist gut noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen weg ey musst du ja auch irgendwie gucken meine ich ja tatsächlich das denken aber mit rein so ein bisschen fahren wir noch geradeaus weiter ja ja so ist gut dann jetzt schaffen wir es hoch ja wo ist es jetzt sehe ich es nur so halb ja das dauert ewigkeiten bis es hoch geht aber ja machen wir ganz hoch brauchen wir ja nichts mehr alles ganz oben ist cool ja dann fällt das zu schnell runter soll ich einfach mal rückwärtsgang ja warte ich muss meine hand richtig positionieren ok oie 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 oi Vorwärts oder rückwärts? Äh, rückwärts. Einmal so... Ich wollt wieder runter! Noch weiter rückwärts, ja, ne? Wohl so langsam müssen die Kerbel ja reichen. Ja, die Kerbeln mussten glaube ich reichen, oder? Oh, was muss... Noch. Ja, die Kerbeln reichen aber. Äh, tschu! Dann lass mich runter durch! Jawoll! So, und jetzt anschmeißen. Oder funktioniert's? Ne. Lass dir den Motor hier anmachen. Nice. Auf erhöhter Ebene. So, eins. Oh Gott! Oh Gott! Ich hoffe wir brauchen den nicht noch mal. Das ist der jetzt Generator. Oh. Oh. Oh Gott. Hier ist so viel. Also hier ist ein Stromkasten und Stromkabels. Hm? Soll ich die schon mal reinstecken? Das ist er denn hier, guck dir das mal an. Na ja, das Männchen da, ne? Das ist die Nico Gedächtnisfigur. Die Nico Gedächtnis, ja. Ach, da oben ist das Ding, ne? Hä? Da oben, der hält das in der Hand. Den, den, den Generator. Da müssen wir hin? Aber wie, wie, wie? Wie? Soll ich durchgehen? Ist da irgendwas? Wie ist das gut gerade? Warte, äh, wir können auch anders... Oh. Guck mal, die Kiste da von drüben. Ja, los, klapp den Schalter um. Na, 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 na. Ja, guck! Hab' ich! Ja, da hast du nicht gerechnet, ne? Wie du da hängst! Nein. Das hänge ich ne Runde rum. Okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh! Ha, ha, ha! Hä? Was ist das denn? Ach, da oben irgendwas, siehst du das? Das dreht sich auch, was bringt das? Genau, keine Ahnung. Ah! Okay, ich bleib hier auf dem Schalter. Ah, ich glaub... Ja, genau. Wie soll man das denn alleine schaffen? Ach, da ist auch noch so'n Schalter. Ah, okay. Dann mach das mal. Tick dir mal diesen Schalter. Welche Richtung dann? Äh, genau. Nein! Hoppla! So, hier ist denn noch so'n Schalter. Wie ist wirklich schlimm da? Wie kann denn der Schalter überhaupt? Macht wahrscheinlich das Band an, oder? Oh! Oh! Guck! Okay! Lös! Wiii! Kannst du das hier entstellen. Ah, ist wahrscheinlich da oben. Oh! Wir machen jetzt den anderen optionalen Weg. Oh! Hm, glaub ich mach mal den denn hier. Der Korb stimmt noch hin. Doppel nicht. Ich glaub das ist einfach ein anderer optionaler Weg. Wie ein, statt ähm... Ach du, stimmt. Und... Oder? Lös! Oh! Oh! Nee! Ja! Oh, da sind die... Oh Gott! Lass mal hier... Ja! Äh, soll ich gerne das Kabel? Ja! Ja! So! Oh, wir brauchen erstmal noch... Oh! Der ist runtergefallen! Der, der Stromdings ist da! Ja! Oh! Spider-Man! Oh, der Stromdings ist runtergefallen! Ah! Jetzt hab ich den! Nein! 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 Ah! Nein! Puh! Hui! Okay, gespannt. Wie soll man denn das Strom trinken? Und grab das mal? Ja! Ich hab's! Was machen wir jetzt damit? Willst du das hier rüberschmeißen oder so? Ja, ist halt schon ein bisschen schwer, ne? Also... Ja, warte mal, wir machen was möglich. Ich komm auch rüber. Dann schmeißen wir's gemeinsam rüber. Voila! So! So! Nichts schaffe! Ja, tata! Komm hier! Achso! Und das denn her? So, wir stellen uns jetzt da drauf und... Und dann springen wir nach links! Ja! Ja! Wann? Eins, zwei, drei! Okay! Ich bin rüben! Äh, ich nicht! Hm, das ist natürlich echt schwer! Oder... Wir sind einfach grad echt dumm! Schmeiß es an! Mist! Ja! Dumm drauf? Ja! Warte! Was ist denn, wenn du... Was ist denn, wenn du dich festhältst und dich jetzt mit einer Hand festhältst und mit der anderen Hand hältst du dich oben an dem Band fest? Warte, also... Ja, okay, ich weiß, was du meinst, warte! Eine Hand da! Und die andere Hand da! Hast du? Ich glaube ja! Ja! Oh Gott, das... Oh Gott, das könnte ich natürlich auch fail... Gott! Okay, okay, okay! Ist da! Könnt sich Pakete austragen, so kräftig wie das ist! Ja! Oh! Oh! Ups! Wirst du hin damit? Weiß es nicht! Oh! Hoppla! Ich hänge, komm! Nein! 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 Zieh! Du! Zieh! Ich bin doch falsch nicht! Das ist ja, wenn wir was falsch rummachen! Was sieht da was? Schade! Das hat alles kaputt gemacht! Ist da das blaue raus? Sehr gut, den Nimmel einbuxiert! Löch! Drück den Schalter! Äh! Ja! Na vielleicht gar nicht! Ah, jetzt sind wir hier drüben! Ja, warte! Oh! Na ja, theoretisch können wir jetzt diese Box, die wir da drüben haben, hier rüber nehmen, ne? Ah, ich will das da schaffen! Hallo! Hier ist ne Box! Aber wo müssen wir denn hin? Ja, hier zu der anderen Box! Hä? Wo, wo bist du? Da! Hä? Was ist die Box, ja? Ja, die von da drüben, wo du gerade herkommst! So! Wir müssten den ja irgendwie zum Einstutzen bringen eigentlich! Äh, warte! Ich hab ne Idee! Ja, wir können auch einfach diese Elektro... Moin! Hallo! Na Robin? Na? Meine Hand hängt fest! Flamme, Hilfe! Was machst du denn? Okay, es geht! Äh, was spiel die schönes? Human Fall Flat! Was? Human Fall Flat! Das ist so'n... Äh... Ja! Ja! So'n Spiel! Besser hätte ich es nicht beschreiben können! Hä? Was ist das für Spiel jetzt irgendwie ein Rennspiel? Ja, das ist so'n Puzzle Game, ja! So'n Puzzle Game mit so'n lustigen Engine! Was machst du denn da? Ich will auf das schwarze Ding da drauf springen! Und dann? Achso! Ja, das muss ja einen Grund haben, warum das da steht! Wenn ich drauf bin, mach gleich mal Stop! So, jetzt so! Ich bin gar nicht mehr da! Ich bin gar nicht mehr da! Ha! Wollt jetzt ein bisschen Play on Ground Spittle! Ground Spittle! Mach das scheiß Laufband aus jetzt! Den ist der! Ich komm da noch nicht mal rüber! Doch! Ich hab äh... Hätte nicht gedacht, dass das... Na ja! Puzzle Puzzle! Warte, ich mach der wieder auf! Wo bist du denn? Ich hab das Elektro Ding genommen! Achso! Ja gut, da komm ich jetzt auch nicht mehr zu dir! Warte, du kannst dich gleich umbringen! Hier kommst du! Ja! So! Warte! Gleich wenn's speichert! Let's! Wie bist du jetzt hierher gekommen? Wie bist du jetzt hierher gekommen?